Oh, ich glaube, mein Spiel ist zu Ende. 20 Minuten lief jetzt mein Supasmus Bross. Kommt zu fassen. 90 Minuten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wer hat gewonnen? Lonky! Also, Toon Link. Toll. Die haben ja alle Namen von mir bekommen. Geht's hier mal irgendwie weiter? Ja, Lucario. Habe ich Luke genannt. Ich kann ja mal eben gleich mal vorlesen, wie die alle heißen. Meine blöden Amiibos. Da war irgendwas. Keine Ahnung, was das war. So, wen habe ich denn hier? Lonk. Das ist Link. Lonky, das ist Toon Link. Was habe ich denn jetzt die ganze Zeit getan? Achso. Zaza habe ich Zelda genannt. Was ist Zelda? Äh... Sheik habe ich Shesha genannt. Weil doof. Pikachu einfach Pika. Lucario heißt Luke. Der Bewohner heißt Dussel. Weil der so dusselig guckt. Und äh... Ja, Captain Falcon. Captain Falcon heißt Captain Volcorn. Weil der so Volcorn ist. Ich brauche Holz, verdammt. An. So was an Holz hier. Boom. Holz, ich brauche Holz. Wenn ich die Seelen hier nicht zu kriege, dann äh... Weiß ich auch nicht. Weil hier muss ich ganz viel... Holz pflanzen. Die ganze Welt voll Scheiße mit Bäumen, ey. Wenn nächstes Mal einer raufkommt, der kriegt erstmal Augenkrebs, ey. Hier ist noch Granit drin. Wow. Warum gibt es eigentlich keine Monster? Sind die ausgeschaltet oder was? Brauchen die Endermen zum Beispiel? Für das Ende halt. Ne? Sonst ist's doof. Da sind noch Bäume, komm. Jetzt denk ich mir davon was. Scheiße, ich lebe in Gefahr. Ich hab nur noch 10 Brot, kann ich mir davon bauen. Äh... Irgendwo hier sind Höhlen. Ich hoffe, dass hier nirgendwo so ein Lavasee ist oder sowas. Ist das Erde oder ist das Stein? Ich will jetzt nicht zu weit weglaufen. Ich hab immer noch Angst wegzulaufen von meinem Zuhause, weil ich die Welt nicht kenne. Und weil ich die Chunks nicht so weit sehe. Nächstes Mal hoffe ich, dass ich mal ne Aufnahme mit mehr Leuten mache. Aber da hab ich nie so richtig Elan so großartig, weil ich mit den Leuten reden muss. Das ist das Problem. Wenn ich mit Leuten zusammen aufnehme, hab ich irgendwie viel weniger Elan. Und dann ist das viel anstrengender, als wenn ich allein aufnehme. So ein halbes Futter... äh... halbes Dingens hab ich noch. Halbes... äh... halben Hunger ab und gehe. Danach kann ich nicht mehr laufen. Boah, ich hab die ganze Zeit schlimme... schlimme Probleme mit meiner komischen Verdauung, ey. Was ist das? Das tut voll weh, ey. Hab ich jetzt Verstopfung oder so ne Scheiße oder was auch immer? Meine Medizin hab ich auch vergessen, kacke. Schon wieder. Einmal genommen heute Morgen, nehm ich mir gleich noch mal. So, zu ist zu. Also dieses Loch hier gefällt mir irgendwie gar nicht. So, wunderschön, ey. Guck dir unser Haus an. Ist das nicht toll? So, erstmal alles hier rausziehen. Was hier nicht hingehört. Sonst ist die reine Ordnung der... ...der Ordnlichkeit oder sowas scheiß äh... ...oder sowas äh... ...nicht... ...gewährleistet oder sowas. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich brauch das... ...dass das hier alles... ...richtig... ...gebaut ist. Alles muss... ...richtig... ...sein. Was? Oh, falsch. Hä? Das ist doch die Deckenhöhe. Bin ich schon wieder blöd? Da muss hin, da muss hin, da muss hin, da muss hin, da muss hin. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Oh Leute, da ist das Portal. Ich will da noch gar nicht reingehen. Ich bin zu sehr schiss davor, da jetzt rein zu latschen. Laufen, wollte ich eigentlich sagen. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Erde, 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 Erde. Stein, 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 Stein. Vielleicht wenn ich fertig bin, muss ich erstmal noch ein bisschen Skyrim aufnehmen. Das hatte ich ja eigentlich vor, aber dann habe ich mir gedacht, so scheiß drauf. Ich mache jetzt Mewi Hiwi, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es jetzt heißt, wie es sich schimpft. Malmama, Malmama, Mewah, Mewah. Damit habe ich auch nicht gewusst, dass das eine Abkürzung ist für Minecraft Vanilla Hardcore. Ist aber cool, der Name eigentlich. Male wollte ja gerne einen neuen Namen wissen, aber ich denke, der Name ist schon relativ in Ordnung. So, äh, Stein. Stein! So, den Raum werde ich hier auch noch einen schönen Boden hinbauen, weil das so schön sein muss, ey. Weißt du, wie viel habe ich denn hier davon noch? Oh, guck mal, 44 Stück habe ich davon noch. Oh, dann könnte ich, dann könnte, dann könnte ich ja, theoretisch. Ich weiß ja, wo die, äh, äh, jetzt ist die Sprünge, hier ist die, okay. Was ist noch so ein anderer Stein, ne? Den gibt es auch impoliert, aber der interessiert uns gerade gar nicht. Ey, guck mal, hier alle drei Steine, dieses rote. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wie viele haben wir von dem roten denn schon da? Ein Stack fast. Fehlt mir im Prinzip nur einer, dann könnte ich einen ganzen Stack von, die ganzen. Komm, hier tue ich um den Scheiß da hin, Erde. Boom. Jetzt könnte ich mir ein bisschen was davon bauen, dann könnte ich daraus... ...roten Boden bauen oder sowas. Ich richte mich einfach... ...nicht nach den anderen, ich baue einfach... ...tata. Wann mal, dann würde ich gerne den Boden bauen. Oder die Decke, ne, den Boden kann ich damit bauen. Achso, wegen der Vollständigkeit darunter auch. Fusch am Bau gibt's hier nicht. Das andere wird ja... Ne, das hier wird ja noch, äh, das hier ist ja noch Wand. Das ist ja noch Wand. Das wird ja auch hier mit dem hier gebaut, oder mit dem roten? Ne, das baue ich aus dem... ...aus dem normalen, oder? Ich gucke mal, wie viel ich hier rauskriege. Das Buch macht mich ein bisschen nervös. Ach, weil hier gerade kein Licht drin ist. Ach, weil hier gerade kein Licht drin ist. Ich weiß ja nicht, wie die Monster hier drin spawnen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich hier rauskriege. Ich weiß ja nicht, wie viel ich hier rauskriege. So, das ist ja... ...dann so richtig. Dann tue ich da diesen... ...roten Stein als Decke hin. Hinterher werde ich sowieso erschlagen, oder so. Also, in echt, sondern nicht hier in dem Spiel. Oh Gott, sie würden mich doch nicht umbringen. Sie spielen ja kein PvP, oder so. Das wär's natürlich. So, Wände. Das hier wird ja Holz alles. Das hier ist ja alles, äh, macht die Wand. Ja, irgendwie so. So, Regal, Regal. Da kommen drei Regale hin. Da, da. So, das ist doch alles, äh, irgendwie, äh, ein bisschen überflüssig, dass ich das jetzt in diesen... ... aus Adesit gebaut habe, hier. Warum nicht gleich alles aus dem roten Stein bauen, ey. Total unnütz, ey. ... ... zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und ein da. Jetzt ist das ja im Prinzip, wenn das hier mit Holz, wenn das hier mit Regalen hochgestellt ist, alles, dann ist das ja voll. So, gut, 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 gut. Sollte ich hier vielleicht nochmal irgendwie zwei Fackeln ranstellen und vielleicht hier irgendwie für einen Moment... Äh, nee, da oben eine Fackel rein. Hier werden wahrscheinlich keine Fackeln reinkommen. Vielleicht einen Moment, da eine Fackel hin. Weil das wird ja alles mit Büchern zugeklatscht. Damit es auch die richtigen Buffs dafür gibt, für die Waffen. Oh, sieht's ja eigentlich gut aus. Oh Gott, das sieht scheiße aus. Oh Gott, das muss ich auch noch tun. Also, das will ich alles noch machen. Nee, ja, halt die Fresse. Höhle. Ich werde wahrscheinlich die, ich denke gerade so an die Hintergrundmusik, was ich verwenden will. Ich werde wahrscheinlich wieder dieselbe Hintergrundmusik verwenden, wie früher bei dem anderen Minecraft-Dingen von mir. Beim Anfang. Weil diese Free-Music da, die es da gibt, die sind ja immer in den Links bei mir unten drinnen. Einfach so. Nicht immer schon. Ich bin halbwegs am Verrecken. Ich muss mir denn mal Brot bauen. Mal gucken, was ist Erde. Puck, 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 puck. Die Gesprächsthemen gehen mir langsam aus. Da sind wir schon seit die ganze Zeit auf, oder so. Seit die ganze Zeit. Gute Deutsch. Ja, das Ding hier baue ich auch noch aus. Garantiert. Luxus-Clubhouse. Höh? Höh, Fick, ey. Gib mal her, hier. Eine nehme ich mir noch, so. Ich habe jetzt Micronum überall, ey. Auf, äh, PC, auf Playstation 3, Playstation 4. Obwohl ich das auf Konsole nicht so oft spiele. Da will ich auch die Trophäen haben. Alle. Hallo. Ich nehme jetzt erstmal, uh, ach, da habe ich, äh, ach. Ach, da habe ich genug Holz für, hier. Den Boden hier reinzubauen. Das hat natürlich ein sehr guter Spezialist hier gebaut, so. Ich glaube, ich hoffe, da kann man eine Tür reinbauen, oder so. Sonst wäre das blöde für mich. Scheiß Ambos, ey. So, einen Hungerpunkt habe ich noch. Schaffe ich noch. Schöner wohnen mit Chris-Coloss, wa? Verpiss dich, Tine-Wittler. Wir brauchen die nicht mehr. Wir haben jetzt den Coloss. Der ist genauso dick wie du. Der ist so ein bisschen dicker als du. Nicht Börsen, der mir, also, ne, also. So. Ich warte eben noch, Moment, ich schaue mich mal um. Das sieht doch gut aus, so. Dann kann ich mir, zumindest, ja, zwei Kisten nebenbauen. So. Ach ja, und dann nochmal hier. Zwei Öfen. Weil das dann viel besser aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so. Jetzt haben wir hier unsere Bratnische, unsere Schlafnische, unsere Lagernische und Zombie-Geräusche. Die mich nervös machen. So ein bisschen. So, jetzt muss ich eben mal was schauen. Einen Moment. Dass ich hier richtig sitze. So, wie wäre es denn mal, wenn ich hier mal ein bisschen was rausnehme? Ich muss schon was rein tun. Stein zum Beispiel. Und Holz, keine Ahnung. Ich tue jetzt erstmal alles, alles, was blockig aussieht, da unten rein. Oder, ach, ich tue einfach mal alles da rein. Das kann ich ja gleich nochmal sortieren. Alter, was ist denn los hier? Da steht dieser Scheißer von meinem Haus, ey. Ich würde mir gerne was beraten vorher, aber... Ich glaube nicht, ich weiß auch nicht, warum der da nicht gegen die Tür ballert. So, ich muss mal was Brot bauen, ey. Ich bin weg damit. So, und Brot. Schnell ist es Tag, komm wieder raus hier. Ich lebe, ihr lebt hier, komm raus hier. Ich werde euch verhauen, ey. Komm her hier, du... Du Lump, du. Danke für die Erfahrung, Bruder. Warum nicht hier jetzt eine Fackel rum? Die kommt von da oben. Boah, jetzt ist schon wieder Tag, ey. Ich habe eine tolle Idee. Ich lasse die Tür offen stehen und lau weg. Nein, natürlich nicht. Ich werde diese Blumen hier haben. Gib mir die. Ich brauche nochmal ein zweiter davon. Hat jemand nochmal ein zweites Blümchen davon gesehen? Ich habe Pferde gesehen, die könnte ich alle umschlachten, ey. Knochen. Ich habe mir genug Pferde. Pferdefleisch. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Boah. Droppt ja gar nichts, das Viech, ey. Nur ein Stück Leder, ey. Meine Ausbeute war beschissen, ey. So richtig, ey. Ich finde hier keine richtigen schönen Blumfe, mein Haus. Diese will ich nicht wirklich nehmen. Beziehungsweise mein Haus. Ist ja gar nicht mein Haus. Uah, Fick. Aus dem Weg. Ich lebe gefährlich hier. Uah, ja, komm. Und dann schön, wa? Äh. Ach, da geht nicht wegen der Fackel. So. Sieht das nicht toll aus, irgendwie. Ne. Irgendwie. Irgendwie nicht. Scheiß, geht da unten, ey. Ja, genau. Jetzt wollte ich diese Kiste hier rausziehen. Einfach mal hier hinten rein tun. Damit das hier weg ist. Oh Gott. Ich soll das mal ein bisschen, ein bisschen sortieren hier. In Stein und sonstiges. Nehmen wir hier Stein, Sand, Erde und sonstiges. In die Steinerde und, äh, Sand, sogar Kies. Die neuen Steine. Lehm, äh, würde da reinkommen, wenn es als Block wäre. Aber ich will ja keinen Lehm-Blocken hier rein tun. So, Wolle wird auch wieder was anderes sein. Holzkohle haben sie sich auch gebrannt. Können Platz mehr. Mist. Jetzt mal alles raus hier. Wenn ich was finde, kommt das hier wieder rein. So, das Schwert, das könnte ich erstmal mitnehmen. Könnte man hier theoretisch hier in die Ecke was anderes bauen. Na, der blöden Amboss hier. Für Tränke. Tränke brauchen wir auch später. Könnte da ja auch stehen. Der Braustand. Und Dings und Amboss nebeneinander. Warte mal. Wenn ich die Suppenschale hin droppen, die nur zufällig? Wieder? Oder wat? So. Ich möchte da noch einen schönen Stein hinstellen für... Oh Gott, ich kriege gerade so richtig Bauchschmerzen, ey. Hier, wie wäre es mit so einem? Einfach mal ein Polierter von diesen weißen. Äh, hingestellt. Einfach so. Für den Braustand später und daneben so ne... So ein Kessel, den ich uns jetzt noch bauen werde und mit etwas erfüllen werde. Äh. Irgendwie so.